Was kommt als nächstes? Riesenspinnen? Riesen-Kakerlaken? Beschissene Zirkus-Clowns? Ich sag Ihnen jetzt mal was. Das ist nicht meine erste Begegnung mit dem Übernatürlichen. Im Gegenteil. Unsere Einheit war schon mittendrin. Johannesburg 87, Sibirien 93, Rio 08. Letzten Monat steckten wir in New York vier Tage lang knietief in Exkrementen. Auf der Jagd nach Inkubi, die von ihrer Herren getrennt wurden. Die werden wild. Wussten Sie das? Ja, ich... Sie drehen durch. Früher konnte man noch mit Sukubi reden, um Blutvergießen zu vermeiden. Heute geht das nicht mehr. Es gibt keine Verhandlungen mit dem Feind mehr. Und... Das schlagen wir auch gar nicht vor, Sir. Aber ob wir mit unseren begrenzten Ressourcen einen Manu-Amanu-Testosteron-Battle-Royale wagen sollten? Wir entscheiden das nicht. Und ich muss Ihnen ja nicht sagen, wer die Operation leitet. Auch wenn kein Signal durch den Nebel kommt. Die Paradivision... Ich habe überall Narben. Und ich meine nicht nur welche, die bluten. Ich habe eins in den letzten 40 Jahren gelernt. Die bluten auch. Jeder einzelne von ihnen. Ja, das stimmt, Sir. Aber wir auch. Und wir bluten ziemlich oft. Schneller als die... Ich weiß gar nicht, warum ich mich überhaupt mit diesem Verdammten... Was glotzen Sie denn so? Ich weiß gar nicht, warum ich mich überhaupt nicht verlebt. Ich weiß gar nicht, warum ich mich überhaupt nicht verlebt. Ich weiß gar nicht, warum ich mich überhaupt nicht verlebt. Ich weiß gar nicht, warum ich mich überhaupt nicht verlebt. Ich weiß gar nicht, warum ich mich überhaupt nicht verlebt. Vielen Dank.